Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video in dieser Reihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Im vorigen Video haben wir uns jetzt sehr genau darüber unterhalten, wie wir den Hauptsatz dafür einsetzen können, bestimmte Integrale einfach auszurechnen. In diesem Video geht es jetzt darum, dass wir eine schöne Schreibweise dafür festlegen, sodass wir die Übersicht bewahren können. Dafür schauen wir uns einfach ein Beispiel an. Und zwar betrachten wir jetzt das bestimmte Integral in den Grenzen minus 1 und 2 von x² dx und wir sehen schon hier, wie das geschrieben ist. Zunächst einmal suchen wir eine Stammfunktion für x². Das wäre genau 1 Drittel mal x hoch 3. Kurze Wiederholung. Warum ist das so? Wenn man das hier ableitet, erhält man 3x² mal 1 Drittel. Der 3er und 1 Drittel kürzt sich weg. Also ist die Ableitung dieses Ausdrucks tatsächlich wieder x². Gut, also als erstes finden wir eine Stammfunktion und dann schreiben wir die Grenzen hier mit einem senkrechten Strich an. Im nächsten Schritt setzen wir die Grenzen ein und dann berechnen wir das Ganze. Das ist die übliche Vorgehensweise, damit man die Übersicht bewahren kann. Das ist die Stamfunktion.